und willkommen zu einem neuen Trade Binder den ich mache ja geht's auch eigentlich gleich mal los also hier das sind jetzt erstmal noch so die gleichen sind halt noch ein paar neue drin und wir, ach ja hier eine neue Ace Bag also wie immer wenn ihr was braucht melden dann hier die drei sind neu und hier nichts hier sind die beiden neu ist hier noch was neu? Ne hier ist das neu irgendwas? Ne hier auch nichts neues hier auch nicht wir haben hier hat zwei neue Signatures nämlich Barmelin von Sec12356 gefällt mir sehr gut und noch Pikachu EX von PokePikachu29 zu dem Gewinnspiel mit dem zweiten Platz und dann habe ich hier noch Online Codes und hier auch nochmal ja also da war's das auch wieder mit dem Trade Binder wie gesagt wer was braucht dann könnt ihr euch melden und ja tschüss tschüss